es kommt zu euch nach haus der heilige nikolaus bisschen weihrauch heute ist was jeder mag der wunderbare nikolaus tag ein tag an gutes dankbar zu denken und liebe menschen zu beschenken auch kleine sünden zu bereuen vor allem aber sich an schönem zu erfreuen denn zu erbauung ist er da der nikolaus tag in jedem jahr lasst ein in euer herz den geist und glanz der weihnachtszeit zum zuhören und mitfühlen seid stets bereit denn wer sich versetzt in seinen nächsten hinein kann selbst ein kleiner nikolaus sein drum lasst uns froh und munter sein ich spiels mal vor stimmt all mit ein so Untertitelung. BR 2018 Ich wünsche euch allen einen frohen und gesegneten Nikolaustag.